Unterwegs in den westlichen Walliser Alpen, hoch über Verbier im Côte de la Chaux, 2970 Meter, Blick zur Rosa Blasch. Nach links oben der Mofor, das wunderschöne Tal La Chaux, wo wir rauf gestiegen sind und im Hintergrund grüßt die Dan du Midi, die Mittagsszene und links über uns der Vectorus. Besten Dank und allen guten Touren!